Hallo Leute, mein Name ist Martin Geron und herzlich willkommen zu meinem kleinen Gewinnspiel. Denn in Kooperation mit Maxdome habe ich für euch 5 Codes, wie ihr live und kostenlos No Escape, also für den Rest der Welt, Elimination Chamber auf Maxdome gucken könnt. Die Karte ist meiner Meinung nach für so ein Pay-Per-View, der mal zwischendurch geschoben wurde, echt geil. Nicht nur, dass wir zum ersten Mal ein Elimination Chamber Match sehen, wo die Tag Team Titel auf dem Spiel sind, sondern wir vergeben auch den vakanten Intercontinental-Titel, den ja Daniel Bryan leider abgeben musste. Außerdem gibt es noch Kevin Owens gegen John Cena und Seth Rollins gegen Dean Ambrose. Also schon extrem geil, lasst euch das also nicht entgehen. Was habt ihr zu tun? Schreibt mir einfach unter dieses Video hier in die YouTube-Kommentare das Hashtag Maxdome, wenn ihr gerne an dieser Verlosung hier teilnehmen wollt. Von den Leuten werden dann 10 von mir am Freitag um 18 Uhr angeschrieben, wovon die ersten 5, die sich zurückmelden, diese Codes bekommen. Das heißt natürlich auch die anderen 5, die ich angeschrieben habe, bekommen dann keinen Code. Allerdings muss ich das jetzt einfach mal so machen, weil ich zum Beispiel für meinen WrestleMania-Gewinn spiele, einfach so viele Leute angeschrieben habe, die mir nie geantwortet hatten. Und dann kriegen die natürlich auch den Gewinn nicht. Und so muss ich immer wieder weiter losen, weiter losen, weiter losen. Das zieht sich halt extrem in die Länge. Aber der Pay-Per-View ist ja einfach schon von Sonntag auf Montag. Deshalb müssen wir hier noch ein bisschen Finger ziehen, aber das kriegen wir schon auf der Reihe. Beachtet dann einfach mal, wie schon gesagt, am Freitag euren YouTube-Postkasten. Wie man da hinkommt, ist zwar eigentlich sehr simpel, aber ich stecke euch mal den Link in die Infobox. Ja und dann hoffe ich einfach mal, dass wir hier sowas mit Maxdome viel häufiger machen können. Und ich wünsche euch allen viel Glück beim Gewinnspiel. Haut rein bis zum nächsten Mal. Und ciao!